Der technische Dienst ist die Anlaufstelle für alle Störungen des LKH-Hörgas und Enzenbach. Rund um die Uhr erreichbar, werden von dieser Stelle aus sofort alle notwendigen Maßnahmen zur Behebung der Schäden eingeleitet. Neben der Haus- und Medizintechnik ist der technische Dienst auch für die Pflege der umfangreichen Außenanlagen bis hin zum Essens- und Pakettransport verantwortlich.